Ich fand's echt total schön heute mit dir. Ja, ich auch. Danke für den netten Abend. Gerne. Hast du vielleicht Lust noch, mit zu mir zu kommen, ne DVD zu gucken oder was trinken oder so? Ja, also eigentlich total gern. Aber ich muss noch ganz früh raus. Aber nicht falsch verstehen. Wir können ja morgen bei dir DVD gucken oder so. Aber heute geht wirklich nicht. Ich muss jetzt auch los. Okay, aber dann telefonieren wir morgen. Auf jeden Fall, das machen wir. Okay, dann komm gut nach Hause. Ja, du auch. Ciao. Ciao. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Mach mal runter. Mach mal Fenster runter. Kaputt. Die Tür ist auch kaputt, aber war wirklich ein total schöner Abend und wie gesagt, wir können uns ja morgen irgendwie zum Essen, oder wir können ja noch sprechen.